Königsberg Das Jahr 1730. Vor den Toren Königsbergs, einer weltoffenen Kleinstadt an der Ostsee, spazieren zu später Stunde eine Mutter und ihr sechsjähriger Sohn. Liebevoll und ausführlich erklärt sie ihm, was sie über die Natur weiß, über Pflanzen und Kräuter, über Tiere und Steine. Die Straßen der Stadt sind nur schwach beleuchtet, es ist dunkel. Da zeigt die Mutter ihrem aufmerksamen Sohn den großen fernen Sternenhimmel. Andächtig schauen sie nach oben in die unendliche Ferne. Der Junge ist fasziniert. Zwei Dinge, wird er später schreiben, erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestimmte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewusstsein meiner Existenz. Und tatsächlich, auf beiden Gebieten wird er es später weit bringen, in der Astronomie und in der Moralphilosophie. Der Name des Jungen ist Immanuel Kant und die glückliche Kindheit unter der Fürsorge seiner religiösen und gebildeten Mutter endet bereits mit 13 Jahren. Die Mutter stirbt und der zarte Junge mit den wasserblauen Augen, wird tief und lange um sie trauern. Sein Vater, ein Handwerksmeister für Lederwaren, tut alles, um den sensiblen Sohn weiter zu fördern. Er schickt ihn aufs Friedrichskollegium, das beste Gymnasium der Stadt. Und hier, wie auch später an der Königsberger Universität, zeigt sich der junge, schmalbrüstige Mann als sehr begabter Schüler. Begeistert ist er vor allem vom Observatorium auf dem Dach des Schulgebäudes, wo er nachts oft und lange in die Sterne schaut. Mit 16 besteht er die Aufnahmeprüfung an der Königsberger Universität. Obwohl er Theologie studieren soll, beschäftigt er sich vor allem mit Mathematik, Philosophie und Physik. In seiner Freizeit glänzt er als Koch und als Zocker. Er ist ein hervorragender Billiardspieler, und obwohl er nur leise spricht und etwas nuschelt, ist er ein gern gesehener Gast auf Königsbergs Partys. Die große Leidenschaft allerdings gehört noch immer den Sternen und dem Kosmos. Sein Professor für Logik und Metaphysik, Martin Knutzen, unterstützt ihn hierin nach Kräften. Das private Spiegelteleskop, das gleiche, das schon der große Physiker Isaac Newton verwendet hatte, zieht Kant magisch an. Er liest Newtons Grundlagenwerk über den Bau des Weltalls, versenkt sich in Zahlen, Tabellen und Berechnungen und folgert daraus ein ganz eigenes Modell der physikalischen Welt. Das Buch, das er darüber schreibt, ist ein schmaler Band mit einem ungeheuren Anspruch und gewaltigem Titel. Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Ohne mathematische Berechnungen anzustellen, versucht er den Bau der Welt allein durch seine eigenen Schlussfolgerungen zu ergründen. Ein Projekt, so seltsam wie ehrgeizig. Obwohl die Naturwissenschaftler das Buch kaum zur Kenntnis nehmen, wertet Kant seine Methode als Erfolg. Er wird sie für alle Gebiete beibehalten. Immerhin glaubt er zu wissen, dass viele seiner Einsichten richtig sind, was sich auch lange nach seinem Tod bestätigt. Das heutige Sonnensystem, so vermutet er, ist allein durch einen Prozess der Anziehung und Abstoßung der Elemente entstanden. Der erste Versuch, die Entstehung des Planetensystems ohne die Mithilfe Gottes zu erklären. So forsch und fortschrittlich seine Ansichten sind, so wenig weiß Kant, seine Karriere zu planen. Sein Weg nach dem Studium verläuft alles andere als geradlinig. Neun Jahre seines Lebens vertrödelt er als Hauslehrer. Erst mit 31 Jahren, für die damalige Zeit sehr spät, schreibt er seine Doktorarbeit über das Feuer. Er wird Privatdozent an der Universität, aber mit einem sehr bescheidenen Einkommen. Und bis zu seinem 40. Lebensjahr ist sein Berufsweg eigentlich eine mittlere Katastrophe. Er ist hochbegabt, sehr intelligent und interessiert sich für fast alles. Für Theologie und Pädagogik, für Naturrecht und Geografie, für Anthropologie und Logik, für Metaphysik und Mathematik, für Mechanik und Physik. Nach langer Zeit bietet ihm die Universität eine Professur an, ausgerechnet für Dichtkunst. Als Aufgabe sind Schmucke Festreden vorgesehen, gespickt mit selbst gefertigten Gedichten. Kant lehnt ab. Erst nach insgesamt 15 Jahren Unterricht bekommt er endlich die langersehnte Professur für Logik und Metaphysik. Kant rechnet aus, dass ihm bei seiner etwas angeschlagenen Gesundheit nicht mehr allzu viel Zeit bleiben könnte, um einen markanten Fußabdruck in der Philosophie zu hinterlassen. Er erschrickt sehr darüber und fast über Nacht ändert er nahezu alles. Sein Leben wird der Innenbegriff der Langeweile. Der Dichter Heinrich Heine wird sich später darüber lustig machen und sagen, von Kant könne niemand eine Lebensgeschichte schreiben, denn Kant hätte weder ein Leben noch eine Geschichte gehabt. Um 5 Uhr morgens lässt er sich von seinem Hausdiener wecken. Er macht jeden Tag zur gleichen Zeit einen Spaziergang und geht abends um 10 ins Bett. Auf diese Weise wurde er sehr alt, fast 80 Jahre. Sein Alltag mutet an wie ein Protestsong gegen das Leben. Aber die Bücher, die er in den nächsten 34 Jahren schrieb, waren alles andere als langweilig. Für viele sind sie das bedeutendste Werk der deutschsprachigen Philosophie überhaupt. Kant betrachtete den menschlichen Geist nicht wie ein Naturforscher oder in Hinsicht auf Gott, wie viele Philosophen vor ihm, sondern er studierte ihn wie ein Jurist. Er suchte nach Gesetzen. Als junger Mann hatte er versucht, die systematische Verfassung des Kosmos zu enträtseln. Jetzt bemüht er sich darum, im Bewusstsein des Menschen Regeln und Gesetzmäßigkeiten zu finden, um daraus verbindliche Gesetze abzuleiten. Um diese Aufgabe zu bewältigen, musste er zunächst die vielleicht wichtigste Frage der Philosophie klären, die uns ja bereits im ersten Teil dieses Buches beschäftigt hat. Was kann ich wissen? Und woher nehme ich dabei meine Sicherheit? Wie Descartes 150 Jahre zuvor, so entschied sich auch Kant, die Gewissheit der Erkenntnis nicht in den Dingen der Welt, sondern im menschlichen Denken zu suchen. Diese Philosophie, die die Voraussetzungen unserer Erkenntnis erforscht, nannte Kant Transzendentalphilosophie. Aber er war viel vorsichtiger als Descartes, was den Status seiner Erkenntnisse anbelangte. Descartes hatte geglaubt, dass das menschliche Denken die wahre Natur der Dinge erkennen könnte. Kant dagegen meinte, dass diese wahre Natur den Menschen gar nicht zugänglich sei. Warum sollte er sie erkennen können? Wie auch immer uns die Ordnung der Natur erscheint, geordnet wird sie im menschlichen Gehirn. So wie Farben nicht von der Natur erzeugt werden, sondern von unserem Auge und unseren Sehnerven, so erschafft sich der menschliche Geist eine Ordnung, die er der Natur überstülpt. Der Mensch besitzt also einen Wahrnehmungsapparat und einen Verstand, die die Welt strukturieren. Der Verstand, schrieb er in seiner Kritik der reinen Vernunft, schöpft seine Gesetze nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor. Von diesem sehr fruchtbaren und modernen Gedanken aus bargte er sich schließlich an die Frage der Moral. Zunächst einmal ging er sehr behutsam vor. Er hielt wenig von Instinkten, an die Rousseau geglaubt hatte. Und er hütete sich auch vor anderen, einfachen Wesensbestimmungen des Menschen. Ob der Mensch von Natur aus gut oder schlecht war, wollte er nicht festlegen. In jedem Fall war er mit bestimmten Schablonen ausgestattet, um die Welt zu erfassen, und ganz offensichtlich gab es dabei auch eine Schablone, die ihn zum moralischen Verhalten fähig machte. In genau dieser Fähigkeit, das war Kants wichtigster Gedanke, musste ein moralisches Gesetz versteckt sein, das festlegte, wie die Menschen miteinander umgehen sollten. Die Fähigkeit des Menschen zum Gutsein imponierte Kant so sehr, dass er dem Menschen eine ganz besondere Auszeichnung, die Menschenwürde, verlieh. Wer die Freiheit besitzt, moralisch handeln zu können, ist ein solch besonderes Wesen, dass es nichts gibt, was über ihm steht. So gesehen gibt es nichts Größeres als den Menschen. Denn alle anderen Lebewesen, so meinte Kant, könnten nicht frei entscheiden und handeln. Und weil der Mensch das Großartigste aller Wesen ist, gibt es auch nichts, das mehr zählt als ein Menschenleben. Diese Menschenwürde war nichts, was Kant erfunden hatte. Der erste, der davon sprach, lebte schon 300 Jahre vor Kant. Es war der italienische Philosoph Pico della Mirandola, einer der großen Philosophen der Renaissance. Der Mensch, sagt Pico della Mirandola, ist ein sehr selbstständiges Wesen. Da er die Würde besitzt, frei zu denken und frei zu handeln, liegt es allein an ihm selbst, wofür er sich entscheidet und ob er etwas aus sich macht. Kant sah das sehr ähnlich. Die Frage war nicht, ob der Mensch von Natur aus gut war, sondern inwiefern sein Menschsein ihn dazu verpflichtete, gut zu sein. Nicht das Gutsein, sondern das Gutsein sollen, war Kants Thema. Er durchforschte die menschliche Vernunft danach, ob sie von Natur aus ein Prinzip besitzt, das Moral möglich macht. Er überlegte, dass weder die Begabung oder der Charakter noch günstige Lebensumstände eines Menschen das Gutsein sicherten, sondern allein der Wille. Das einzig Gute am Menschen ist sein guter Wille. Wollen die Menschen gut miteinander zurechtkommen, so müssen sie diesen guten Willen befolgen, und zwar so, als ob er nicht nur eine Motivation, sondern ein unverrückbares Gesetz sei. Diese Aufforderung zum grundsätzlichen Gutsein nannte Kant den kategorischen, grundsätzlichen Imperativ-Aufforderung. In seiner bekanntesten Formulierung in der Kritik der praktischen Vernunft lautet der kategorische Imperativ Handle stets so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Da der Mensch in der Lage ist, gut sein zu wollen, soll er auch gut sein sollen. Für Kant war diese Schlussfolgerung nicht eine von ihm aufgestellte Moral, sondern die Art und Weise, wie die menschliche Vernunft ganz grundsätzlich logisch funktionierte. Das moralische Gesetz war da. Es war im Menschen. Und Kant hatte in seinen eigenen Augen nichts anderes gemacht, als es zu analysieren, so wie er früher den Kosmos analysiert hatte. Für ihn hatte die Verpflichtung zum Gutsein also etwas von einem Naturphänomen, ähnlich wie der Himmel und die Sterne. Deshalb, so glaubte er, gelte der kategorische Imperativ absolut und überall. Jeder Mensch auf der Welt kann und soll ihn anwenden. Ein Mensch, der auf das moralische Gesetz in sich selbst hört, ist ein guter Mensch, der gute Handlungen vollbringt, selbst dann, wenn seine gute Absicht möglicherweise zu schlechten Folgen führt. Denn wenn der Wille gut ist, so meinte Kant, dann ist auch die Handlung moralisch gerechtfertigt. Kant war recht zufrieden mit seinem Gedankengebäude, auch wenn ihn in den letzten Jahren ein Unbehagen beschlich, ob sein so sorgsam gearbeitetes System einer späteren Überprüfung durch die Biologie standhalten würde. Schließlich beruhigte er sich damit, dass der Schematismus des Verstandes vermutlich doch eine auf immer verborgene Kunst in den Tiefen unseres Gehirns sein werde, deren wahre Kunstgriffe wir der Natur schwerlich jemals abraten und unverdeckt vor Augen legen werden. Sein übersichtliches Leben bot ihm vor seinen insgesamt doch recht milden Ängsten Zuflucht. Mit 60 konnte er sich ein eigenes Haus leisten, einen Hausdiener und eine Köchin. Im Alter erkrankte sein kluges Gehirn überraschenderweise ausgerechnet an Alzheimer. Er wurde immer vergesslicher und schließlich gänzlich orientierungslos. Im Februar 1804 starb er morgens um elf in einem Zustand weitgehender Umnachtung. Zum Zeitpunkt von Kants Tod war sein Ruhm bereits beträchtlich und er sollte noch weitaus größer werden. Nicht wenige Philosophen vergleichen seine Leistung in der Philosophie mit der des Kopernikus, als er der Menschheit zeigte, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne dreht. Doch was hat Kant gezeigt? Was hat er bewiesen? Was von dem, was er mit großer Akrobatik dargelegt hatte, stimmt tatsächlich? Nun, er hat damit beeindruckender Sorgfalt vorgeführt, wie unser Verstand die Welt nach eigenen vorgegebenen Strukturen rastert. Und er war noch weitergegangen, als er behauptete, jeder Mensch trage in sich zudem ein logisches Schema, das ihn zum Gutsein verpflichtet. Doch wie sieht es damit aus? Gibt es tatsächlich ein solches logisches Schema, ein moralisches Gesetz in uns? Und wenn ja, wie ist es dort hingekommen und wo befindet es sich? Um herauszufinden, warum der Mensch gut sein soll, muss man zunächst einmal wissen, warum er gut sein will. Doch darüber konnte Kant nichts sagen. Zeit seines Lebens blieb er zwar sehr an der Naturwissenschaften interessiert und so gerne hätte er natürlich naturwissenschaftlich überprüft, wie der Schematismus des menschlichen Verstandes funktioniert und seine wahren Handgriffe offen vor Augen gelegt. Aber zu Kants Zeit beschäftigte sich noch niemand mit Menschenaffen und auch die Hirnforschung steckte noch in den kleinsten Kinderschuhen. Der deutsche Arzt Franz Josef Gall hatte gerade damit begonnen, das Gehirn zu vermessen. Aber seine Hirnkarten waren so unsinnig wie die Seekarten des Atlantiks vor Kolumbus. Und auch über das, was im Gehirn vorging, konnte er nur sehr vage spekulieren. Als junger Mann hatte Kant sich für den Kosmos interessiert und die Sterne. Er hatte einige Anstrengungen unternommen, den Himmel zu berechnen. Später hatte er versucht, den menschlichen Verstand und seine Gesetze zu verstehen. Aber es war wie der Versuch eines Physikers, die Planeten und die Gesetze des Weltalls zu berechnen, ohne auch nur das kleinste Fernrohr zur Hand zu haben. Kant konnte über das Gehirn des Menschen spekulieren, aber er konnte nicht ins Gehirn hineinschauen. Heute dagegen haben die Wissenschaftler ein solches Fernrohr. Sie messen mit Elektroden und sie durchleuchten das menschliche Gehirn mit Hilfe von Kernspintomografen. Und deshalb können wir heute erneut die Frage stellen, die Kant nicht beantworten konnte. Gibt es ein Zentrum für Moral im Gehirn? Wenn ja, wie ist es aufgebaut und wie funktioniert es? Und was steuert unsere Fähigkeit, von der Moral Gebrauch zu machen? Bevor wir uns diesen spannenden Fragen zuwenden, müssen wir jedoch etwas sehr Grundlegendes klären, von dem alle weiteren Überlegungen abhängen. Kant hatte die Vernunft zum Herrn und Meister des Gehirns erklärt. Er hatte keinen Zweifel daran, dass es die Vernunft ist, die uns sagt, was wir zu tun haben. Doch wie wir im ersten Teil des Buches gesehen haben, bestimmt uns das Unbewusste weit mehr als das Bewusste. Die Frage ist also, wie viel von dem, was Kant über das moralische Gesetz in uns gesagt hat, noch bleibt, wenn man diese Bedeutung des Unbewussten für unser Fühlen, Denken und Wollen ernst nimmt und anerkennt. Wie sieht es dann mit unserem moralischen Willen aus? Kapitel 14 Das Liebet-Experiment Kann ich wollen, was ich will? Danke fürs Zuhören Ich freue mich immer über Kommentare Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt und mich unterstützen wollt, könnt ihr einfach meinen Kanal abonnieren Ich freue mich Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Vielen Dank.